Hallo Schneckenschiss Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren psychopathischen Folge von Days Gone. Wir sind dabei die alte Sägewerk Horde zu vernichten. Ja. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, schön dass ihr dabei seid. So, wo sind wir hier in irgendeiner Hütte? Versuchen noch ein bisschen Material zu finden auf dem Weg dorthin. Was sich als schwer gestaltet. Da sehe ich doch was. Was siehst du denn? Äh, Friko. Wo denn? Rechts, neben dem Haus. Neben dem Haus? Oh Junge. Ah, was haben wir da? Nägel. Mit Köpfen. Eine Schachtel. Was ist das hier? Okay. Also gehe ich nicht nach rechts raus, ja? Da sind zumindest ein paar. Wie viele es sind, weiß ich nicht. Ich habe so viele jetzt nicht gesehen. Von da sehe ich auch nichts. Da müsstest du vielleicht schon mal rausgehen. Ich sehe halt niemanden. Habe ich gesagt? Ne, dann gehe ich lieber wieder hier raus. Am Ende zermalmen die mich. Ach du gute Güte. Ich habe mich gerade erschrocken vor diesen scheiß Halmen da. Schmock, ey. Haha. Geil. Und wo hast du jetzt welche gesehen? Ja. Am Ende hast du die Halme auch gesehen und hast gedacht, das wären welche. Am Ende. Am Ende. Am Ende. Guck, ich sehe nämlich keinen. Wo denn? Joa, ist ja Wurst. Hä? Dann waren es halt gut auch noch Halme. Mhm. Okay. Also hier lang mal nicht. Äh, da drinnen war ich schon. Da ist ja nichts. Stimmt's? Stimmt. Auffällig. Ja. Scheiße, Mann. Das Gelände ist verdammt groß. Geh mal da rein. Hier so. Ja, mal gucken. Okay. Hm. Hier wird's verdammt rot um mich rum. Na ja, dann geht er gleich die Post ab. Rot ist nix gut. Ach, du grüne Neune. Du siehst doch noch gar nix. Was ist denn grüne Neune? Ich höre dich schon. Das reicht mir. Verstehst du? Da drinnen sind auch welche. Guck hier. Oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, nee, dann gehe ich ja nicht lang. Weil, da verrate ich mich ja sofort. Da bin ich direkt im Eimer. Das muss dann nicht sein. Hm. Ich muss mir ehrlich gesagt mal erst mal kurz einen Überblick verschaffen, was hier abgeht. Wie das Gelände so ist. Wo sind Stellen, die ich nutzen kann für mich? Einfach um. Oh-oh. 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 Nein! Das ist so lang wie ein blinder Fisch, ey. Ich hab sie nicht gesehen. Hast du sie gesehen? Ja, natürlich. Da unten ist ne Karte. Was denn? Ja. Was denkst du denn? Ja. Wie können die mich denn entdeckt haben? Indem sie dich sehen. Junge. Mach doch, werf doch mal nen Attraktor jetzt da hinten rein. Wie, wo ist denn der Fisch? Ja, wo wohl? Ähm, dem? Ja, werf doch mal in die Mitte da hinten. Darf ich den in die Hand? Nein, du Esel. Wie, wo? Entschuldigung. Hi. Hi. Ei, 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 ei. UAAAAAAHAHAHAHAHAHA OK. Euaaa.. alter Vater. Was ist hier los? Schön freund so gucken ob du noch was hast ja moment okay so den ja vielleicht erst von der traktor noch werfen weil du nicht alle triffst du hast also das kann spiel eigentlich schon ausmacht attraktoren herstellen weil wir nur noch einen napalm haben das problem wirst du gleich merken was problem ist ja okay dann ist das eben so was der da ja ja alles schön drauf alles schön drauf kommst dann ja guck mal wie mario kommen die angesprungen gewiss ich sehe das guck mal ob du noch was anderes aufhören kannst granat oder so split a grenade ab geht die wilde fahrt Hast du noch einen Attraktor? Äh, Attraktor? Attraktor. Wollen wir noch einen, oder? Dann ne mal Rohrbombische. Ja. Die? Nein. Ja. Okidoki. Hello. Für euch. Ein paar Bonbons. Ui. Schick, schick, schick. Habe ich noch irgendwas? Ah ja, haben wir noch. Und habe ich hier oben dann auch noch was? Ich denke schon, ne? Ja, nicht mehr so viel. Die da, ne? Ja. Okidoki. Lauf mal fein hin. Ja, fein. Ach, macht ihr das brav. Hopp, hopp, noch ein paar mehr. Aiu. Tschüss. Na jo. Bam. Aha. Das sind so viele, das sind so viele. Zu viele, zu viele? Ehrlich? So, warte mal. Äh, ein Stein wird bei denen nix bringen. Blend Grenado, die bringt auch nix, oder? Nö. Wuh. Äh. Kannst du noch einen Attraktor werfen und ein Böhmchen, das war's. Noch einen Attraktor? Zwei. Aber du hast nur noch eine Bombe, also. Und dann hier eine, ne? Ja. Hä? Ich hab den Attraktor geschmissen und die laufen nicht hin? Was ist das für ein Fehler? Du hast doch gerade gesehen, oder? Ja. Ne, du hast nicht geworfen. Doch. Jetzt, Frau Bombe. In die Hand nehmen. Hab ich sie jetzt, ja? Kommt her, putt, 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 putt. Komm, 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 komm. Kommt ihr Hühnchen. Kommt ihr Hühnchen. Hallo auf einmal. Ähm, hab ich hier noch irgendwas? Nein. Das war's. Gar nichts mehr. Nein. Gar, gar nichts. Nein. Verdammt noch einmal. So, jetzt versteckt dich. So, warte, bis sie abfauen. Vielleicht können wir noch von woanders was sammeln oder Platz machen oder was auch immer. Äh, der Balken da oben geht mir ziemlich auf die Nüsse. Ja. Da ist ja echt wenig weggegangen. Und gucken, was ein Haufen letzter grad mal so ist. Oh. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Geh weg. Biss dich. Hau ab. Geh wieder in ein, keine Ahnung, in dein Nest oder so. Geh Eier brüten. Kein Blas. Husch, 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 husch. Ab ins Häuschen. So, macht ihr das brav. Sehr gut. Mach dir mal ein Stück Heile. Ähm. Oh no. So, als ob du das Spiel zum ersten Mal spielst. Das glaube ich doch wohl nicht. Nein, tue ich nicht. Ja, selber falschen Knopf gedrückt. Spaß. Weil ich es nicht gesehen habe. Weil ich es nicht gesehen habe. Das Maul. Da oben sind Autos. Meinst du, da ist irgendwas drin? Guck halt mal, ob du hingehen kannst. Nicht am Ende steht da Missionsgebiet verlassen. Ach so, ja. Lauf halt mal hin. Da war ja was, ja. Aber sammle erstmal die ganzen Ohren. Ey, ist das jetzt dein Ernst? Aber so, dass dich keiner sieht. Haha, so, dass dich keiner sieht. Ne, ne, ne. Ja, okay, langt. Sind schon 139. Juhu, so viele Ohren. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Also, wenn das 139 Ohren waren, die Balken, dann sind das um die 500 Freaker. Ehrlich jetzt? Circa, ja. Okay, okay. Ja, ich hoffe echt, dass er nicht sagt, der jetzt Missionsgebiet, bla bla. Das wäre nämlich echt scheiße. Ich muss halt echt mal achtgeben. Mhm, mhm. Ja. So, okay. Ich versuche hier noch an irgendwas zu kommen, was hilfreich ist. Gehst du in den Cent reinhüppen? Äh, nö. Ne, kann ich nicht. Ist auch nichts drin. Oh, ja. Guck mal, ob man da Schrott nehmen kann. Schrott? Schrott, 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 Schrott. Nein. Also, der steht hier nur zu zier, du? Oh, Mann. Ey. Ey. Ernsthaft? Das ist halt die Sache. Wenn man nicht eingedeckt ist vorher, dann hat man gegen Horden einfach... Ja, wir haben halt nicht so viel. Wir waren eigentlich eingedeckt. Einfach keine... Zumindest das, was unsere Kapazität hergibt. Ja, da hat man dann keine Chance, richtig. Können die eigentlich... Also, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber können die durch Wasser laufen? Na klar. Und warum laufe ich so lahmarschig durch Wasser, während die Super rennen können? Weil die Superkräfte haben. Haben die Schwimmhalte zwischen den Füßen, oder was? Die haben alles Mögliche. Ich glaube es ja wohl nicht. Dein Ernst? Ja. Toll. Aber wenn ich den Balken echt sehe, kriege ich echt einen dünn Pfiff. Ja, wer ist es nicht mal ein Viertel, Lärz? Leck mich am Arsch, ey. Nicht mal ein Viertel, und... Also, was haben wir überhaupt noch? Bomben da unten, so eine komische Fernlenkbomben, oder so ein Schrott. Die? Ja, eine Mine und zwei Bomben. Das war's. Ansonsten, so Fässer und so, wo man draufschießen kann, aber ob das so viel bringt? Das ist pure Hektik. Ja. Also, das ist... Da fand ich's da hinten, wo wir eben waren, wo ich die, die ich hab, schon viel besser. Das kann man aber nur machen, wenn wir genug Attraktoren haben, und auch genug Bämmchen. Ich war doch vorhin schon hier hinten, gell? Da hat's mir doch nicht gefallen. Ja. Also, warum... Gehst du weg und machst nix. Wie geh ich weg? Ich will dahinter wieder. Und dann? Da die Dings hinlegen, hier die... Ich weiß schon, was ich mir an da... Na, mach halt noch. Ah ja, kann ja sein, dass das was bringt. Ich mein, wenn wir dann nichts mehr haben, dann kann ich auch nur ständig auf die draufballern mit meinen Waffen. Ja. Dann kriegen die einfach ein bisschen Kugelhagel, aber dann... hab ich fett zu tun. Also, nur mit Kugelhagel wird's schwierig. Deshalb sag ich's ja. Dann könnte ich aber auch nur Muni auf die draufballern, in dem Sinne, und das war's dann aber auch. Dann hab ich keine... Ich hab ja nichts mehr. Was soll ich denn da dann verwerten? Lass mich raten, wenn er hier runterspringt, verletzt er sich. Ah ja. Aua. Oh, doch nicht. Wow. Das hat sich nicht wehgetan. Unscheinend nicht. Shit. Was ist ein Haufen, ey? Sieht super aus. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, wenn man nichts hat, dann kann man nicht volle Action starten. Das geht halt nicht. Dann muss man überlegen und... muss gucken, wie man's macht. Ja, dann guck mal lieber, dass du nicht gleich auf die draufläufst. Auf die drauflaufen? Wieso? Ja, was dir ja vorher auch passiert. Ja. Hast du mir was gesagt gehabt? Ich mein, wir arbeiten hier im Team und mein Team lässt mich schon sticht. Ja, mach weiter. So, hier irgendwo? Vielleicht? Hm? Probier's aus. Problem ist, wie sein... Schau mal da in die Hütte rein, ob da was noch was ist. Die Frage ist, wie soll ich die anlocken? Erstmal in die Hütte rein. Da muss man ja immer vorsichtig sein, ne? Immer vorsicht weiterlaufen. Okay, da ist nix drin. Das sieht aus wie die andere Hütte, wo wir drin waren. Komisch, ne? Sage mal... Können die in Hütten reinkommen? Ja, die können überall rein. Können überall drauf, überall rein. Verdammt! Das ist doch scheiße! Glaub's nicht so. Ja, ist doch kacke! Was haben die sich dabei gedacht? Ich brauch ja auch ne Chance, oder? Ich weiß nicht, ich hab ein bisschen Angst. Ist das schlimm? Ein bisschen Schießbuchs zu haben? Oh oh, ich hör sie. Du auch? Wo steigt denn hier die Frikantel-Party? Ja, wenn du immer von denen wegläufst, wirst du sie nie finden. Ja, aber wenn ich mitten reinrenne... Ja, du musst erst mal gucken, wo sie genau sind. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Ich meine, dann bin ich halt ein bisschen lebensmüde und stehe auf Risiko und so. Leben am Limit, dies und das, aber... Oh, nun muss nix los! Verstehst du? Okay, auch nicht. Oh, Katar... Oh! Das Ding kann natürlich auch explodieren, ne? Jo. Hm, hm, hm. Schittikowski? Ja... Ich hab's ja so'n Ding direkt darunter legen. Direkt darunter? Was das geht? Direkt dran, gell? Noch? Nee, aber die müssen ja da dran laufen, damit das explodiert, oder? Ja, dann schmeißt du halt dann noch einen Traktor dahin, oder so. Aha. Die Sache ist, ich brauch'n guten Fluchtweg, wo ich weglaufen kann. Irgendwo hier da in dem Busch, wo die mich dann nicht mehr sehen oder wo sie suchen müssen, ne? Äh, was geht hier drinnen ab? Hallo? Ist hier irgendwas brauchbares am Start? Ah ja. Schachtel mit Nägeln zumindestens. Mhm. Was haben wir hier alles? Alles voll. Okay. Ah, da hätten wir das Kerosin. Legen die mir auch so'n Käse hier hin, den ich nicht benötige? Haha. Was soll das? Soll's Napalm bauen. Wo? Molly? Ja. Napalm? Ja. Aber Molly's sind drei und Napalm sind nur zwei. Das ist nicht dein Ernst gerade. Was denn? Du kannst nur einen bauen. Nur einen? Geh auf Napalm. Die da. Ja. Ja. Bitte schön. Dankeschön. Mein Gott. So. Hallo. Ja, ja. Ah, was war da? Kanne? Schwuppdiwupps. Eine Kanne und ein Lappen. Ein Kännchen und ein Läppchen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Die Frage ist, wo sind denn die? Wir haben noch einen Attraktor, oder? War der auch, war da auch nichts mehr. Guck mal, ich glaube, einer ist noch da. Ja. Jo. Wenn wir dummen Schrott hätten, dann könnten wir sogar noch ein Bauen, dann brauchen wir ja nicht. Das bedeutet, ich soll jetzt noch suchen? Oder was? Nö. Okay. Also hier müssen die lang kommen, damit das Ding explodiert. Richtig? Ich frage es nur, wo du danach hingehst. Das habe ich ja gesagt. Ich meine, da ist ja hier ein... ein Busch. Ne? Wo denn? Hey, da. Guck doch mal. Ja, und wie willst du denn hinkommen? Hey, mich dann verstecken. Ja, dann mach halt irgendwie. Jo, mehr als schief gehen kann es nicht. Die Mucke gefällt mir nicht. Das hört sich schon sehr ungesund an. Richtig? Ich hasse diese Ruhe vor dem Sturm, ne? Alter, da spielst du langweilig. Junge, da spiel doch besser. Du läufst links und rechts, ohne Maus zu machen. Ja, ich versuche zu gucken, Mann. Wo ich hinkann, wo... Irgendwas. Wenn du in dem Gebiet bist, in dem du dich nicht auskennst, das ist die größte Falle schlechthin dann. Für dich. Oder nicht? Blabla, blabla. Man muss sein Gebiet studieren, um es für sich nutzen zu können. Understand. Okay. Äh... Wenn du welche siehst, sag was. Ja? Ja. Aye Aye, Captain. Also hinten rechts. Da hinten ist das... Oh, oh. So, da kommen welche. Kommen welche? Oh. Ja, da rechts. Rechts? Da waren gerade zumindest welche. Ein roter Balken. Ich weiß schon, wo die jetzt da sind. Vielleicht da drin oder keine Ahnung. Im Haus drin? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Okay. Äh. Da drin laufen die doch rum. Siehste, guck da. Da drin sind die. Ja und, was ist dein Plan jetzt? Warten, wird sie dich sehen da, da ja. Uuuuuh. Mami. Lauf, babe. Das war ein guter Plan. Lauf, babe. Lauf, babe. Lauf, babe. Lauf, lauf, lauf. Hop, hopp. Glaube ich nicht. Was ist denn? Was ist denn? Hm? So, wartet mal. Rechts lang vielleicht. Echt? Ja, mach wie du willst. Machst du nicht rechts? Ich verstecke. Äh. Was weiß ich. Ja, da kommen sie. Echt? Machen wir irgendwas attraktoren oder so. Den, ne? Ne? Da fühlt es nicht so aus. Oder war das nicht? Ja, lauf, schön weg. Scheiße. Hast nix mehr. Ja, jetzt drauf, warum wir da hinten irgendwo hinschmeißen, ob das was bringt. Zum Ablenken, meinst du? Weiter weg. So? Ah ja. Äh. Ich hab ja nichts mehr, gar so. Nein, leider nicht. Oh Gott, das ist doch echt schlimm. Annäherungsmine? Ja. Fernlenkbombe. Ja. Übrigens war da die Fernlenkbombe, wo die alle waren. Die hätte zu zünden können. Bei dem Teil, was du vorher geschmissen hast. Oh, nö, oder? Doch. Oh, ist ja scheiße. Das hab ich vergessen. Mein Gott, fuckt mich das ab, ey. Egal, entspann dich. Wie soll ich mich da entspannen? Na ja, die Hälfte haben wir ja schon. Fast. Ach, die Hälfte. Ich probier mal was, ja. Oh Gott. Du weißt noch, wie man die Bombe dann zündet hat. Äh, ja. Aber hinten ist doch auch noch eine Bombe, oder? Ja, die hast du jetzt gezündet, wo keiner war. Hinten ist doch auch noch eine gewesen. Ja, hast du gerade gezündet. Die habe ich gezündet? In dem Grad hast du nicht Bombe gehört. Tja. Das war, ja. Klug. Wie immer. Warte mal. Ernährungsmine. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Ja, ja, probier's halt aus. Alles, was wir haben. Wenn wir ein bisschen Schrott finden würden, könnten wir vielleicht sogar irgendwas basteln. Mhm. So, hier so. Ach, weiter unten. Oh, da sind sie doch unten, oder? Ja, klar sind sie da unten. Die laufen halt wieder zurück. Ich hab sie eben angelockt. Indem man sie hier hinwirft, sozusagen. Und dann die hier langlaufen. Also Leute, eigentlich ist es wie immer. Wenn ihr genug Stoff dabei habt, müsst ihr euch immer nur irgendwo verstecken. Und dann könnt ihr sie einfach aus dem Hinterhalt wegballern. Ja. Wie ihr sehen könnt. Ja, weil... Weil, äh... Man braucht nur genug Zeug eigentlich. Ja. Vielleicht kann man's auch irgendwie mit den Knarren machen, weiß ich nicht. Annäherungsmine bedeutet... Linken, piepen, sobald ich... Ja. Was denn? Ja, keine Ahnung. Ich muss nur wissen, was da steht. Egal. Jetzt musst du dich auf die Suche begeben und gucken, ob du noch was findest. Schrott oder was auch immer. Ich wüsste nicht wo, ehrlich gesagt. Ja, aber ohne irgendwas kannst du jetzt nicht drei Viertel mit der Knarre plappen machen. Ja. Ja. Praktisch, praktisch, praktisch. Könnte ich jetzt einmal schießen. Vielleicht locke ich irgendjemanden an und diese Mine löst sich aus, wenn die drüber gehen, oder nicht? Ja, probier's halt. Kommt dann keiner, ne? Doch, Schöpfer. Ich geh jetzt einfach mal. Ja. Ja. Schieß nochmal. Ja, sie kommen angelaufen. Und wenn die über die Mine da unten gehen, explodiert's, oder was? Anscheinend nicht. Kannst du auch drücken? Ah, jetzt hat's... Nee, ist explodiert, ja. War aber nicht viel. Nicht schlimm. Hat so ein paar. Oder? So, wir haben jetzt hier echt gar nichts mehr. Gar, gar nichts mehr. Welches richtig? Ja. Wow, das ist echt scheiße. Das ist richtig, richtig scheiße. Also... Wenn wir nicht irgendwas noch finden... Dann sind wir im Arsch. Ja. Aber richtig im Arsch. Ja. Weil ich kann die nicht alle mit Munitionen einfach... Nee. Mit den Waffen... Aber ich hoffe, dass wir was finden, denn ich hab keinen Bock, die Scheiße nochmal vorne zu spielen. Das sind ziemlich viele immer noch. Das ist mehr als die Hälfte noch. Das ist echt schlecht. Das ist ganz schlecht. Also, das ist fast... Unpackbar. So. Die andere Bombe hinten hat dich auch gezündet gehabt, ne? Ja. Aber da gab's ehrlich gesagt kein Feuerwerk. Und es hat kurz geknallt. Pass auf, da sind überall welche, ne? Komplett verteilt. Ja, ich sehe es. Die laufen gerade wieder zurück. Aber du wirst hier nichts mehr finden. Ja, dann mach das Spiel aus. Ja, aber wie würdest du das machen jetzt? Suchen. Ja, dann such. Nicht? Such du doch. Warum denn? Ich hab doch jetzt überall geguckt. Du wirst, glaube ich, nichts mehr finden. Ich glaube nicht, dass du noch was finden wirst. Du glaubst? Ohne, dass die dich... Ja, ohne, dass die dich sehen. Ich hab ja nichts. Ich kann ja nur auf die schießen. Verstehst du? Guck mal da, Polizei-Rotter. Jo. Jo. So. Kann man vorne dran Schrott vielleicht finden. Ohne, dass das Ding mit Alarmanlage... Ja, dann versteckst du dich halt. Wo? Im Gras. Irgendwo hinten. Da, wo du das ganze Zeit machst. Schnell. So, und jetzt versteck dich und baubauen wir es. Und gucken, was zu bauen geht. Mal hier so rum. Nein, das geht nicht. Eine Rohrbombe könnte man herstellen. Okay, was noch? Er trockt aber halt auch noch gut. Okay, er trockt er, aber Rohrbomben brauchen wir auf jeden Fall. Ohne Rohrbombe können wir ja nichts machen. Was nun? Attraktor. Äh, Rohrbombe. Guck mal. Ja, herstellen. Okay, geht eh nur eins. Attraktor. Herstellen. Herstellen. Okay, mehr haben wir eh nicht. Sieht mich niemand. Ja. Hier oben ist ganz gut, finde ich. Ich höre was. Wo denn? Weiß ich nicht. Ich höre was. Ich sehe es nicht. Achso. Da unten ist ganz gut. Stimmt's? Wo waren das jetzt? Ah, da. Hier liegen noch ein paar. Ja, ein paar hat sich. Soll ich es wieder hier hinlegen oder hier hin? Ja, ein bisschen weiter vorne. Wenn ich mich nicht beeile, sehen die mich sowieso. Siehst du die da hinten? Also, ich nehme jetzt meine Waffe wieder zur Hand, lock die wieder an und dann betätige ich die Fernlenk. Ja, aber wenn du es betätigst, guck mal wie viele da drauf sind. Du musst ja selbst betätigen. Also stelle ich mich hier so hin, damit ich es ein bisschen besser sehe, ne? So. Ja, ungefähr. Halt nicht zu nah, dass sie dich auch nicht sehen. Passiert nix. Nicht zu nah am Ende. Haben sie was mitgekriegt? Ja. War so, dass du sie siehst. So, ja. Schieß nochmal, die hauen wieder ab. Schieß mal drauf, vielleicht triffst du sogar ein paar. Da hinten sind sie doch. Aus der Entfernung treffe ich sie nicht. Put, was ist los mit euch? Hey, die bewegen sich danach nicht mehr. Guck mal. Ist sie Dompa getroffen oder was ist los? Na ja. Hä? Wäre ja auch gut. Hä? Wäre ja auch gut. Wo sind sie denn jetzt? Leute? Hallo? Futter! Pass auf. Oh, Dompa. Mal gucken, ob sie es jetzt geschnallt haben. Diese Deppen. Das ist ein Kasse-Maus-Spiel hier. Ja. Oh, da ist eine ganze Traube. Guck mal. Schieß mal rein. Jawohl. Gut getroffen. Na ja. Schön. Na, Alter. Da kommen nur ein paar. Machst du platt? Oh. Äh. Soll ich sie im Platt schlagen? Weiß ich nicht. Nee, du hast nichts dran. Oder mach mal. Geh mal auf L1. Geh mal da oben auf den Holz. Geh mal nebendran. Noch eins. Nach links. Hä? Warum kann man das nicht? Okay, dann weiß ich auch nicht. Nee. Mit blödem Holz nur draufschlagen ist auch blöd. Na ja, zwei weniger. Na ja, gut den will Weile haben. Ja. Pass auf, das sind noch nicht. Oh. Von hinten kannst du noch. Einfach abschießen. Ach Mann. Das dauert echt ewig. Das ist doch echt scheiße. Das ist mal einer. Er ist tot. Er ist tot, ey. Jawohl. Ah. Ach, sind wir zu wenig. Das ist tot. Gott. doch immer so einer links rechts links ich weiß nicht wo und platt schießen ja was du natürlich auch noch machen könntest noch meine tunnel gehen und gucken ob dann noch was unter dir da wo die gleise sind ja aber da ist gefährlich nur reingucken ob dann was ist die jungs und mädels am start sind schießpulver oder dose ok so auf schon was da geht nichts mehr bin ich raus und das ist ein bär du kannst am links doch mal dein voll machen motorrad man abhauen weg dann machst du jetzt noch mal deinen plan mein plan naja die typen anlocken ja also ich kann auch noch mal allerdings hinlegen irgendwo anders weiter vorne vielleicht ja ja aber das ist halt die dürfen mich nicht sehen da ist doch die bombe da ist doch die bombe die da so du kannst natürlich auch die da hinlegen nimm dir mal gerade die granate in die hand ja und lauf ein stück vor und werfen sie rein bombe ja in die schlangen zögern noch weiter 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 freien so ja haben wir ein bisschen was gebraucht mhm 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 weißt du was ich frage ich hab doch zwei stück hingelegt oh schweiß noch mehr so ausrechts AHHHHH Freunde was zum Teufel alter heil dich was denn heil dich was ist denn da Ein Brecher. Warum? Wir wollen es ja schön spannend machen. Ihr wollt mich verarschen. Das macht mich fertig gerade. Der macht mich alle jetzt. Das machen. Warum kommt da ein Brecher? Hat irgendjemand von euch das auch? Ich denke, das ist nur die Horde. Warum kommt da ein Brecher? Was zum Teufel? Das zieht mich gerade voll runter, ne? Nicht ach. Das macht mich fertig. Verdammt, der Brecher, sag mal. Das doch. Haben wir hier noch was? Gar nichts. Raubbombe. Da kann ich nicht viel anfangen. Naja. Wollen wir doch mal gucken, wie ein paar Penner hochkommen. Ne, machen sie nicht. Ah. So, ich verpiss mich schnell wieder. Sicher ist sicher. So, ich glaub, das Spiel kann ich jetzt 100 Mal machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Komm, zieh wieder ab. Das sind einfach viel zu viele. Wir haben kaum noch mehr was und find da mal irgendwas und dann... Das kannst du jetzt eigentlich stundenlang so machen. Warten, bis so ein paar kommen, dich verstecken, dir einfach ein paar abballern und immer die ganze Zeit hin und her, bis dieser verdammte Balken weg ist und dann noch drauf hoffen. Den Brecher hast du, äh, ne? Den noch erledigen irgendwie. Wir wissen ja, der ist am Kopf ziemlich verwundbar. Aber gib dem mal einen ordentlichen Kopfschuss, dass der direkt umfällt, ja. Das ist, äh... Die Horde macht mich fertig. Ja, die ist schon ordentlich, ey. Scheiße, ey. Also wenn du wirklich nichts hast an allem, was schön explodiert oder so und bist im Eimer, bist verloren, ey. Ja. Bist aufgeschmissen. Guck mal, viele, die das noch sind. Noch ordentlich viele. Ich muss halt einfach echt noch mal was suchen hier. Ich muss halt einfach echt noch mal was suchen hier. Weil ohne Bomben leckt mich der Marsch. So, ich geh noch mal hier rein. Dose. Dose. Das ist schön. Hm, 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 hm. Ach. Das ist doch für ein Arsch. Das ist einfach nur Kacke. Was mich das nervt, ne. Okay, gibt's auch nix. Ja, ist wirklich nicht schön. Aber ich hab keinen Bock, die nochmal zu machen, ey. Das spielen wir jetzt so lange, die Scheiße. Ich hab keinen, auch keinen Bock, die nochmal zu machen. Ich mein, immerhin sind wir jetzt bei der Hälfte. Ja. Ich mein... Ist das blöd, oder was? Was war das? Ja, gut gemacht. Loll, ey. Komm ich doch gar nicht mehr zurück. Ach. Jo. Warten Mumpitz. Kann ich den hier fahren? Klar doch. Du brauchst noch einen ordentlichen Flammenwerfer dran. Dann kannst du's doch alle platt machen, ne. Ja. Ja, wär geil, wär aber viel zu einfach. Warum? Einfach, wenn's doch kompliziert geht, ja. Da ist natürlich ne Dings, ne. Ne Station. Vielleicht ist es in der Station irgendwas. Aber, da musst du halt auch aufpassen, dass die scheiß Alarmlager die Dinger nicht angehen, weißt du? Die... Ja. Lautsprecher, oder was das ist. Ja, Lautsprecher. Fallen! Ich muss fallen platzieren! Warum macht der so ne Hektik? Hm. Hä, was machst du denn jetzt? Ich überleg was gegen das Fass zu werfen. Aber dann... Hä? Warum? Ja, weil ich keine Möglichkeiten mehr groß hab hier. Dann ging's fast zu... Dass sie da hinkommen. Die Sache ist... Ich glaub, wenn du da drinne bist... Du brauchst immer Fluchtmöglichkeiten irgendwie. Du darfst dir nicht selbst ne Falle, ne Mausefalle stellen. Ne. Oh Mann. Da musst du den Strom anstellen wahrscheinlich. Ja, genau. Warum auch nicht, ja? Ist doch für die Füße. Gott, was mich das... Ne. Das nervt, Mann. Oh Gott. Was bringst du denn nur das hin? Ich lauf einfach mal außen rum. Oh. 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 Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Oh Mann. Ah ja, da sind wir wieder an meinem Lieblingspunkt. Wenn du das jetzt da rein wirfst, werden die auf jeden Fall wach. Das hat's gebracht. Lauf weg, Bruder! Oben, wie immer, gell? Toll, es hat nichts gebracht, was ich davor hatte. Ich hab's doch nicht getroffen. Ist doch für'n Arsch, ey. Ist doch sowas von für'n Arsch. Bleib da, bleib da. Ganz locker. Locker, locker. Ja, wenn die alle so nach und nach kommen würden, wär ja gut, gell? Ja. Oh Mann, ey. Ist echt übel, wenn du nichts hast, womit du was machen kannst einfach. Das ist so scheiße. Dann dauert das Ganze natürlich auch ewig. Das ist doch zum Kotzen. Ja, ich weiß. Bleib lieber so, dass du im sicheren Gefilde bist, dass du wegrennen kannst, ja? Alter! ein bisschen zumindest was ein mumpitz ich glaube wir können uns ewig darüber abfacken dass wir nicht genug scheiß haben im endeffekt müssen wir jetzt die ganze zeit so weitermachen auch wenn es langweilig vielleicht ist aber so ist das warte, warte, warte immer warten bis die hälfte von denen man mindestens wieder weg ist weil die fressen dich sonst ein bisschen im Arsch also das ist nee, ich warte noch, sind mir zu viel jetzt ach scheiße, ich glaube die playsee nimmt nur eine stunde auf ja, sorry leute hoffentlich kommt ihr nicht in dieselbe situation in der ihr die ganze zeit nur mit einem gewehr da irgendwas arbeiten müsst deshalb deckt euch gut vorher ein das ist der einzige tipp den man da wirklich geben kann ich bin jetzt auch schon komplett durchgerannt ich weiß nicht wo ich noch was hätte finden können dann wird da auch nichts mehr sein ganz einfach hier war ich vielleicht noch nicht ja hier ist nichts ja ob sich vielleicht, ne dass da nichts ist ein lkw wenn dem nix ist fahrt so ein sägewerk haben wir doch gerade hier los oh das sind autos vielleicht haben wir hier Schrott kann sein komm schon ne das gibt's doch nicht leute, das gibt's nicht ist das ein Haus vielleicht ist im Haus noch was ah, das ist noch ein Haus fick die Henne was steht denn da? geh, Rosin ich werde bekloppt mein Gott ich guck nochmal hier rein vielleicht finden wir ja noch was Kanne Schachtel mit Nägel wenn ich ein bisschen Schrott hätte ja, guck halt einfach mal ein bisschen rum jetzt muss ich beeilen hier ok, hier geht nix mehr in dem Haus hier noch ein Haus oh, mal hätte Schießpulver nicht dein Ernst was ein Typ voll dagegen gedotzt geil ach Gott das war gut eben was ist denn hier? ein kleines Rohr hm mhm aber ja, immer noch nett äh da hinten ist noch ein Haus hier war ich doch drin, oder? das weiß ich euch gesagt gerade nicht ja könnte sein, ja ach Gott ist das nervig also das hatte ich auch noch nicht ne was ein Scheiß ein großer Scheiß was ist das? Idiot ich find das halt auch saudumm gemacht irgendwie, ja ich weiß, ich verstehe ja mit, äh, Munitionsknappheit oder sonst irgendein Scheiß, ja die Sachen, die man kaum findet und so aber irgendwie muss doch immer mal ne Chance drin sein das hinzukriegen äh und jetzt sind sie alle weg? äh ich hör sie aber hörst du sie auch? ah ja da kommen sie ich glaub die haben Nickerchen gemacht du solltest werfen und abhauen oben hin diese blöden Drecksäcke, ey hat sich dein Bike auf irgendetwas getan? so gut wie nichts das ist toll so ganz busy das ist doch motivierend, oder? wow das ist doch motivierend ja ist es voll langsam, langsam, langsam du weißt nicht, wie viele nachkommen gott, oh gott, oh gott immer locker du weißt nicht, wie viele nachkommen, gell? naja, okay ja Leute das ist Teil 1 würde ich sagen weil wenn ich jetzt noch weiter aufnehme dann fängt er einfach von vorne an also schaltet zu Teil 2 wieder ein wenn ihr es überhaupt noch sehen wollt ja, also es ist schon brutal nervig ich kann es verstehen irgendwo also bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.